Die Welpen sind jetzt 20 Tage alt. Seit zwei Tagen kommen die aus der Wurstkiste. Im Garten muss ich immer noch Zeit lassen, weil es zu hell und zu heiß ist. Jetzt ist die Sonne vom Fenster weg, jetzt können wir den vorher etwas öffnen. Jetzt können sie auch schon ohne Gummimatten laufen. Die Wurstkiste, die Wurstkiste, die Wurstkiste, die Wurstkiste.